Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind in die Schwimmhalle eingebrochen. Juhu. Wir sind ja schon in der Schule drin und da schon eingebrochen und Chloe wollte unbedingt Splish Splash machen. Ich splasche mit. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why look, an otter in my water. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on. My power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Wie? Was wäre wenn dank dir, hä? Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? I know. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is... nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Ozzy. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Ich hoffe, ihr trocknet euch ab, aber eure Sachen sind doch nass. Ihr geht doch nicht ernsthaft mit den Klamotten jetzt wieder in eure anderen Klamotten rein. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Uh-oh. Where hin? I don't know where to go. Okay. Uh-oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was? Der Arsch hat mich gesehen? Ich halte weiter nach hinten. Dann sieht er mich nicht. Nein. Geh weiter. Geh weiter. Ich hoffe, der findet Chloe nicht. Ich habe gehört, dass ich hier etwas gehört habe. Wer ist hier? Ich habe eine Flashlight und eine Stücke. Raus hier! Nichts wie weg hier. Bevor der Stiefdödel uns findet. Ich werde das. Das ist wie weg. Das ist für's. Was wird der nur mitkriegen wenn das Auto wegfährt hier? Oh Gott, Chloe. So, ab jetzt wird das Spiel wieder blind für mich. Yay, freut mich. Okay, pyjama party. Okay. Okay. Selfie machen? Okay. Aber so, dass sie nicht das Licht abkriegt. Oh, Jesus. Okay. 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 Mach die Musik aus. Okay. Ich will die Musik ausmachen. Scheiße. Geht nicht. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. Ich finde es schön, dass Chloe wieder so Vertrauen zu ihr gefasst hat, obwohl sie sich fünf Jahre nicht gemeldet hat. oder so. Weiß nicht, hätte der Lerlinger gebraucht. Oh, wie süß. Das stimmt. Das Gummi da. Don't be a dummy, cover your willy. Okay. Gut, sie hat Kondome dabei. Das ist offensichtlich sehr vorsorglich. Andy? Sie liebt euch beide. Chloe, Geld, sofort. Ich hab dein Geld noch nicht. Das ist meine letzte Nachricht. Verstanden. Sofort, du verfluchte Ruhe. Alter, was ein Pisser. Sie sollte das da wegmachen. Ich glaube, ich werde das Haus machen. Ich glaube, ich werde das Haus machen. Ich glaube, ich werde das Haus machen. Liebesleben. Jungs machen Ärger. Ich glaube, du hast den Rachel verknallt. War Rachel so beliebt? Aha! Verknallt in Rachel. Mmh, Frühstück. Anziehen. Also, das ist doch mehr als nur Freundschaft gewesen zwischen Rachel und Chloe. Mal sehen, wie sie gleich aussieht. Mal sehen, wie sie gleich aussieht. Mal sehen, wie sie aussieht. Mal sehen, wie sie aussieht. Du kannst immer wieder zurückkehren zu deinem Kalorien-Brand-T-Shirt und generischen Jeans. Du wirst. Ich liebe meine Kleine und Jeans. Aber es wäre cool, zu versuchen, auf Rachel's clothes, nur zu sehen, ob sie fit sind. Stopp second-guessing dich, Max. Mach das auf und lass deine inner-Punk-Rock-Girl rauskommen. Du kannst du für die Chance nehmen. Wenn und was du versuchen. Äh, was? Ähm, äh, äh, warum? Ich dachte, sie ist mit Rachel und sie liebt Rachel, denke ich mal, immer noch. Das ist eine wichtige Entscheidung jetzt. Ach du Kacke. Eigentlich... Wenn ich es irgendwie beeinflussen kann, würde ich gerne, dass Max mit Warren irgendwie zusammenkommt. Ich mag ihn ja. Äh, äh, ich nehme mal das, was ich nicht würde. Äh, ne, Quatsch. Mehr sagt sie nicht dazu. Wir, wir gucken mal, was passiert, wenn sie sich küssen. Oh, spul schneller. Komm schon. Jetzt tun wir es mal. Mal gucken. Jetzt tun wir es mal. Mal gucken. Okay. 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 Ich mach's nicht. Das sind Freundinnen, ey. Das ist das... Das kommt ja öfter vor, dass sich beste Freundinnen irgendwie so ein Küsschen geben oder so. Ich würd's jetzt nicht. Okay. Deswegen mach ich's auch nicht. Auch weil sie mit Rachel und ich will halt, dass sie mit Warren... So. Machen wir's so. Lassen wir's so. Oh, wow. Genau. Wie schlecht. Wie schlecht. Ja. Ich verstehe das auch. Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Okay. Nee, ich geh auch nach Rennen, ey. Nein, nicht. Niemals. Was? Oh mein Gott. Das riecht so großartig. Und hör ich von Kate. Kate, Kate, Kate. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich. Versprochen. Oh, es geht dir gut. Das freut mich. Hey, fehlen noch ein paar Sachen. Hat er dir hier ein Bild machen können? Von meinem, von dem, warte mal. Gucken wir mal in den Spiegel. In den Spiegel ist. Foto, jawohl. Der Vogel. Sehe ich jetzt erst, dass der Vogel da ist? Kann ich von dem auch ein Bild machen? Ja, ja. 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 Chloe hat diese verdammt schmerzige Pirate-Towel seitdem wir waren. Serious flashback. Was ist irresistisch ist, ich immer sehr liebte es, wenn Chloe hat meine Toothbrush benutzt. Oh, das wäre cool. Ja, hätte eh auch nichts dagegen. Bestimmt cool aussehen. Ich meine, bei Chloe mag ich es ja auch. Ich kann doch bestimmt von dem auch was machen. Weil, ne? Das sieht halt so aus. Das ist halt auch ein Vogel, was man da als nächstes fotografieren muss. Das ist der, oder? Das ist schön, dass er noch hier ist. Finde ich super. Ist der Penner nicht hier irgendwo? Ew, wie wahr. Wrong doise. Entfernen? Entfernen? Das hat niemand gehört. Das machen wir weg. Genau. Weg damit. Das ist einfach. Niemand weiß, dass wir hier waren. Dass wir auf der Schule waren. Äh, in der Schule. Ich kann gar nicht sagen, liegt da eine Wii? Aber das ist, keine Ahnung. Irgendein Receiver oder so. Will ich das öffnen? Wir gehen mal raus. Tote Vögel? Are you kidding me? Das war... Kann man davon ein Bild machen? Das ist echt komisch. Das frage ich mich auch. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt los? Sie haben hier schon arme Vögel. Und wie viele das sind. Oh mein Gott. Was ist falsch hier? Da liegt ein Ball. Ich sehe aber auch keinen Vogel oder so. Dennoch lebend, den ich fotografieren könnte. Das ist creepy. Na ja, wer wohl? Joyce ist es bestimmt nicht. Wowzer. Die kleinen Dinge, die man sonst... Die man einfach mal zu schätzen weiß, nach so langer Zeit, nicht wahr? Eier und Bacon. Ich mag keine Eier. Pancakes. I'm dying for some of your famous Pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would erase each other to grab them from the stack. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Okay, wir machen jetzt einen auf Noctis. Der Iggy beim Korren hilft. Juhu. Kenn ich doch schon. Nehmen. Ich erzähl mir nicht, die Milch steht irgendwo rum. Das wäre ja eklig. Ach da. Bitte. Bitte. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, die ganze Zeit, die ganze Zeit und alles, was passiert, ist toll, dass du und Chloe wiedersehen, dass du wiedersehen kannst. Aber sie hat nicht eine gute Freundin, seit du und Rachel. Oh, diese Klampe mir so sehr gut an sie. Such eine süße Frau. Die ist nicht in L.A. Nein, warum? Ich weiß nicht, dass du dich und Chloe in deinem Pirate ausfüllen kannst. Ich wusste, dass sie nie einen besseren Freund finden würde. Ich wünsche dir, dass du Chloe aufhörst, aus dem David zu Hause zu werden. Ich weiß. Aber es scheint, dass Chloe und ich als Pirates waren 1000 Jahre vor. Und das macht mich, was? Ein Jahrhundert? Du bist nur 18 Jahre alt, Max. Oh, du. Wenn ich nur zurückkehren kann. Es ist nicht alles so, Joyce. Der Typ ist alles andere als ein König, glaub mir. Da ich aber nicht weiß, was hier alles passiert und wie lange es dauern wird, beende ich hier mal den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Frühstück mit den leckeren Pancakes bei Life is Strange. Bis dann.